Heute im Market Update. Frankreichs Aktien im Fall. Wann kommt die Wende? Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zum Market Roundup KW27 mittlerweile. Das heißt, wir sind über die Jahreshälfte drüber und wir werden uns dann auch gleich mal etwas in der Retrospektive die Märkte anschauen. Lasst uns rein starten. Wir starten mit dem Markt Update. Wir werden also einmal auf die Märkte blicken und starten wie immer mit einem Blick auf den DAX. Und ja, man kann sagen, der DAX ist stabil auf einem neuen Trend aufgesattelt. Das haben sich letzte Woche schon abgezeichnet. Ich habe die Trends hier mal weiter eingezeichnet. Wir sehen den alten Trend hier, der ja durchbrochen wurde. Anfang Juni hat sich da hier unten gemünzt auf einen neuen Trend runter bis auf unter 18.000. Jetzt wieder relativ stabil auf einem leichten Aufwärtstrend, muss man sagen. Heute wieder ein bisschen mehr unter Druck, auch in der Woche ein bisschen stärker unter Druck. Insbesondere die Wahlen in Frankreich belasten auch die Indizes in ganz Europa. Wir schauen uns gleich Frankreich nochmal separat an. Was hatten wir in Deutschland? Ja, wir hatten schlechte Wirtschaftsdaten, schlechte Erwartungen auch an die Wirtschaftsdaten. Wir hatten insbesondere Industrieindexe, den IFO-Index auch, der ja etwas weniger positiv war, als vielleicht erwartet. Insbesondere in den Sektoren, die in den letzten Monaten relativ stabil waren. Also alles, was in das produzierende Gewerbe geht. Dafür waren die Inflationsraten besser als gedacht. Wir haben, das sehen wir gleich nochmal, 2,2% Inflationsrate im Juni gehabt und damit deutlich eher an den Zinszielen oder Inflationszielen der EZB und dementsprechend vielleicht auch bald wieder an den Zinszielen. Wir haben hier die erste Zinssenkung hinter uns. Weitere sind also in Aussicht. Wenn wir auf die Rendite des DAX jetzt in den letzten sechs Monaten schauen, sind wir jetzt bei 8,5% im Plus. Wir waren schon mal etwas höher, als wir hier oben, ja knapp bei den 19.000 waren. Jetzt sind wir wieder ungefähr bei 18.200 in den letzten Tagen gelandet. Mal schauen, was so die weiteren Monate bringen. Ein kurzer Blick auf die Inflationsraten, denn die haben sich wirklich in den letzten Monaten relativ schön nach unten korrigiert. Auch wenn es relativ stagnierend ist hier, ja seit Anfang, Mitte des Jahres. Das war aber zu erwarten. Wir wussten alle, eine hartnäckige Inflation, insbesondere eine hartnäckige Restinflation erwartet uns. Wir haben uns letzte Woche auch den Dienstleistungssektor hierzu einmal angeschaut. Man kann aber sagen, das Momentum ist trotzdem auf der richtigen Seite und es war etwas besser als gedacht. Wenn man so ein bisschen auf die verschiedenen Sektoren schaut, ganz grundsätzlich, dann habe ich hier mal eine schöne Statistik von Bärenberg mitgebracht. Und was man hier sehen kann, ist zum einen ja die Erwartung an das Gewinnwachstum von Unternehmen in verschiedenen Ländern. Und in orange sieht man hier den Konsens quasi für 2024 und in grau sieht man den Konsens für 2025. Was fällt sofort auf? Ja, der Informationstechnologie-Sektor, also der Sektor, der die ganzen letzten Monate bis Jahre mittlerweile auch sehr, sehr viel Rendite gebracht hat, hat für dieses Jahr gar nicht so hohe Erwartungen. Deutlich stärker blickt man da in die Zukunft, auf das Jahr 2025, ist man sehr, sehr positiv gestimmt für den Telekommunikationssektor, insbesondere in Europa. Was auch noch auffällt ist natürlich, dass die asiatischen Länder weiterhin wachsen sollen, die Schwellenländer weiterhin wachsen sollen. Vieles aber in Industrieländern und in der globalen Welt auf nächstes Jahr gepreist ist. Da ist die Stimmung ganz grundsätzlich sehr, sehr positiv, wenn man auf das nächste Jahr hier schaut, sind nahezu alle Balken deutlich im positiven Bereich. Ja, die Immobilien, die machen immer noch ein bisschen Sorge. Man kann aber sagen, dass die Stimmung für die nächsten Jahre weiterhin positiv ist und man aktuell zumindest nach diesem Konsens für den etwas längerfristigen Zeitraum nicht mit einer Rezession rechnet. Wir gehen weiter und schauen uns einmal die 10-jährige Bundesanleihe an, denn da gab es natürlich viel Bewegung in den letzten Wochen. Die war sehr, sehr stabil zu Beginn der Neuwahlen in Frankreich. Jetzt gerät sie aber doch auch etwas unter Druck. Sie ist wieder angesprungen, hier oben sieht man es auf 2,6%. Und wir haben ja damals diesen Reggie hier eingezeichnet, den schönen Ausbruch hier nach unten gesehen. Jetzt habe ich ihn einfach mal stehen lassen, denn er scheint gerade tatsächlich wieder so einen Widerstand zu bilden für die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihe. Wir sehen, hier oben prallt das Ganze eigentlich ziemlich, ziemlich schön ab. Korrigiert sich jetzt auch wieder etwas nach unten, muss man sagen. Die Inflationsraten haben hier wieder für einen positiven Effekt gewirkt. Man muss aber natürlich sagen, die große Unsicherheit kommt aus Frankreich. Große Unsicherheit kommt gegebenenfalls auch mit den Effekten, die aus der Wahl entstehen. Wenn man allerdings in die Historie guckt, dann ist es oftmals so, dass diese Renditen sich wirklich nur vor der Wahl deutlich angepasst haben, deutlich mehr Risiko gesehen haben. Danach hat sich das meistens wieder etwas nach unten korrigiert. Ähnliches hat man damals bei Trump, bei der Trump-Wahl gesehen. Es bleibt also weiter spannend. Mal schauen, was für Auswirkungen es hat oder die Wahl dann wirklich hat. Viel Unsicherheit, viel Unruhen gerade, auch was so ein bisschen die politischen Zusammenkünfte angeht. Wir schauen das gleich beim Kack an, also beim Kack 40 aus Frankreich, wo wir ja wirklich schön sehen können, dass das Ganze auch auf die Märkte drückt. Und so eine leichte Euphorie zumindest zu sehen war nach den letzten Wahlergebnissen, den letzten Wahlrunden, jetzt die letzten Tage. Aber grundsätzlich ist die Stimmung hier weiter etwas negativer, auch wenn weitere Zinssenkungen auch im Rahmen der Inflationsraten jetzt erwartet werden. Hier ist er nämlich, der Kack 40 in diesem Fall hat weiterhin Abwärtsmomentum hier jetzt in den letzten Wochen. Wir sind jetzt hier in diesem Fall im Wochenchart. Wir sehen, wenn wir ganz weit zurückgehen bis 2020, bis zur Pandemie, sind wir trotzdem noch in einem Aufwärtstrend, auch so über die letzten Wochen und Monate. Ganz grundsätzlich haben wir aber gerade hier erstmal so bei den 7.500 Zählerständen so einen Boden erreicht. Gerade die Wahlrunden der letzten Tage haben so ein bisschen die Hoffnung genährt, dass es doch vielleicht nicht zu einer absoluten Mehrheit der rechten oder rechteren Parteien in Frankreich reicht. Wir gucken uns gleich nochmal die Ergebnisse vom Ressablement an, aber grundsätzlich kann man hier schon sagen, dass etwas Euphorie herrscht, die aber in den letzten Tagen auch von tiefen, tiefen Punkten kommt. Man sieht das hier doch schon ein deutlicher Abgang. Seit dem Hoch Mitte April knapp 500 Punkte hat man hier verloren und die Angst vor wirtschaftlicher Instabilität überwiegt. Wenn man jetzt auf die letzten sechs Monate schaut, muss man sagen, hängt der Kack auch deutlich zurück. Wir sind jetzt bei minus 0,5 Prozent in den letzten sechs Monaten, also Rendite technisch hat sich hier nicht so viel getan und das ist das, was sich natürlich noch verdeutlicht hat jetzt über die letzten Tage. Man sieht hier einmal das Verhältnis vom Kack 40 zum FTS EE Euro Fürst 300, also den großen Euro Aktien auch in diesem Fall. Und der ist auf einen niedrigen Stand hier gefallen, auf eine Ratio von 3,7, also auch eine deutliche Abwertung hier in der reinen Verhältnismäßigkeit zu sehen. Und hier natürlich auch nochmal die Renditen, die wir uns letzte Woche angeschaut haben von den französischen Staatsanleihen gegenüber den deutschen Staatsanleihen. weiterhin auf höchsten Niveaus mit viel Volatilität, man sieht es ja auch, großen Sprüngen nach oben und unten, weiterhin viel Unsicherheit. Bleibt spannend und bleibt insbesondere auch spannend, was für Auswirkungen das auf unsere Wirtschaft und auch auf die europäische Stabilität haben wird. Gehen wir weiter in positiveres Gefilde zum S&P 500. Der befindet sich die letzten Tage auch in einer Seitwärtsphase. Man sieht es hier oben ganz schön, hat sich nicht so wirklich viel ergeben. Wir sind weiterhin zwar auf Höchstständen. Nivea hatte Anfang der Woche etwas an Marktkapitalisierung verloren, also der Kurs ist Anfang der Woche gesunken. Ganz erstaunlicher Side-Fact vielleicht an dieser Stelle. Am Montag waren 70% aller Aktien im Plus im S&P 500, aber Nivea war knapp 7% im Minus, deshalb war der Index in Summe dann auch wieder im Minus. Das zeigt einfach, wie enorm die Gewichtung dieses Unternehmens ist für den S&P 500 auch. Das hat dann dazu geführt, dass über die Woche eigentlich der Index sich auch nicht bewegt hat. Wir sind jetzt hier bei minus 0,1% gewesen ungefähr diese Woche. Ja, also man sieht diese Gewichtung von den großen Technologie-Stocks, die den Großteil der Performance ausmachen, die aber natürlich auch so einen Index sehr, sehr stark in negative Richtungen bewegen können, sofern ja auch der Kurs der großen Technologie-Aktien hier jetzt mal nicht mitspielt. Grundsätzlich hatten wir zum Ende der Woche besser als erwartete Inflationsdaten. Auch das nähert wieder Hoffnung für weitere Zinssenkungen der FED. Der Tech-Sektor hat etwas konsolidiert. Nivea war im Minus, Microsoft war im Minus, trotzdem der Rest, insbesondere Amazon auch im Plus. Was wir aber noch gleich sehen werden, die Volatilität, die wir grundsätzlich sehen, erreicht neue Tiefstände. Auch die zukünftige implizite Volatilität erreicht neue Tiefstände. Trotz dessen haben wir jetzt 15% in den letzten 6 Monaten im S&P 500 erreicht, was natürlich eine außerordentliche Performance hier ist. Schauen wir uns einmal die Volatilität etwas genauer an und man sieht es hier unten ganz schön. Wir hatten zwar so einen leichten Anstieg, als es auch das negative Momentum in den Indizes gab. Ich gehe nochmal kurz zurück, also als wir diese Delle hier im Mai gesehen haben, da ging es mal so ein bisschen höher her. Auch in Sachen Volatilität hat sich aber sehr, sehr stark wieder abgeflacht. Wir sind weiterhin größtenteils sehr, sehr bullisch gestimmt im Marktumfeld. Auch von den Privatanlegern, auch von den institutionellen Anlegern muss man sagen. Und diese grundsätzliche, sehr positive Stimmung schlägt sich aktuell auch in niedrigen Volatilitäten wieder. Und ist damit ein großer Kontrast auch zu den Volatilitäten, die wir in den letzten Wochen hier in Europa und insbesondere in Frankreich gesehen haben. Wenn man jetzt auf die Performances schaut, dann sieht man an der Stelle nochmal wirklich die deutliche Gewichtung des Halbleiter-Indexes. Den sieht man hier in dieser schönen Türkis-Farbe. Und da muss man sagen, hier sind quasi alle Chip-Aktien abgebildet, die wirklich die Märkte bewegen. Die haben natürlich eine ordentliche Performance im ersten halben Jahr erzielen können. Deutlich unter der, die Nvidia nochmal erzählt hat, also hier nochmal die Deutlichkeit des zwischenzeitlich wertvollsten Unternehmens der Welt und die Bewegung, die es natürlich auch ausmacht. Wenn man jetzt unten ganz runter auf den Dow Jones schaut, dann sieht man, ja, da ist nicht wirklich viel Bewegung gewesen. Und wir sehen das gleich auch an den Renditen. Im Vergleich zu, ja, Aktien wie Nvidia oder einzeln selektiv gewählten Chip-Aktien konnten man nicht so viel Performance erreichen. Und das zeigt nochmal die Dominanz wirklich hier an der Stelle der einzelnen großen Unternehmen. Wenn wir nochmal kurz auf die Anleihen zurückspringen und hier jetzt mal auf die 10-jährigen US-Staatsanleihen schauen, dann sehen wir, dass die Rendite auch hier deutlich angesprungen ist. Wir sind aber immer noch innerhalb dieses Regis, der sich hier ausgebildet hat. Wir sind oben an diesem Widerstand bei 4,5% angelangt. Man muss sagen, Inflationsdaten haben hier eigentlich dazu geführt, dass wir hier so im letzten Momentum hier oben abgeprallt sind. Man sieht es an diesem blauen und roten Momentum hier oben. Wir haben eine Unterstützung ungefähr bei 4,3-4,2%. Wir sehen aber ganz grundsätzlich ist das Momentum gerade wieder ins positivere Territorium übergeschwappt. Die Unsicherheit, was die Zinssenkungen, was die Wirtschaftsdaten betrifft, ist weiterhin da und alle warten ziemlich gespannt auch auf die kommenden Quartalszahlen. Allerdings, wenn man ganz grundsätzlich auf die Zinserwartungen der großen Zentralbanken schaut, dann sehen wir, dass die sich eher nach unten korrigiert haben. Das heißt, dass man mehr Zinssenkungen erwartet. Wir sehen hier die Zinsschritte, die eingepreist waren vor vier Wochen und wir sehen die dann wirklich nun eingepreisten Zinsschritte. Also wir sehen die Zinssenkungen der EZB zum Beispiel bis zum April 2025. Hier um knapp minus 3% in diesem Fall. Wir sehen die Varianten auch hier in der FED bis zum Januar bei knapp über minus 2. Und das ist dann doch eine deutliche Korrektur gegenüber den letzten Wochen. Gucken wir uns mal den Dow Jones an. Ich hatte Ihnen gerade in der einen Grafik schon gezeigt, dass da nicht so wirklich viel Rendite entstanden ist oder viel Kursperformance entstanden ist in den letzten sechs Monaten. Das ist auch das, was er in den letzten Tagen sicher abgespielt hat. Er ist weiter in der Seitwärtsphase. Auch hier hat man sich auf einen neuen leichten Aufwärtstrend geeinigt. Auch der obere bildet hier so eine Art Widerstandszone, muss man sagen, die sich in den letzten Tagen hier nochmal getestet wurde. Wir sehen auf der unteren Seite hier nochmal die nächste Unterstützung oder größere Unterstützung bei diesen 37.000 Punkten. Aber wir haben halt diese laufende Unterstützung hier durch diesen Aufwärtstrend. Trotzdessen konnten wir in den letzten sechs Monaten nur 3,8% Rendite erzielen. Und das liegt einfach daran, dass natürlich viele dieser großen, sehr volatilen und positiven Kursperformer im Dow Jones nicht enthalten sind. Sondern hier wirklich eher die alten Industrieunternehmen nicht mehr, aber die etwas etablierteren Unternehmen im Index enthalten sind und dementsprechend einfach nicht so zu Kursperformance beitragen konnten. Ganz anders sieht es in diesem Fall beim Nasdaq 100 aus. Auch der befindet sich jetzt in den letzten Tagen eher in der Seitwärtsphase, kratzt immer so an diesen 20.000 Punkten, ist aber Anfang der Woche sehr stark unter Druck gekommen. Ich habe es erzählt, ja beim S&P 500 war es Nvidia. Noch stärker ist die Gewichtung natürlich im Nasdaq 100 und dementsprechend auch zum Anfang der Woche dieser Index stark unter Druck. Dann die Erholung zum Ende der Woche. Der RSI ist jetzt hier aber wieder im positiveren Gefilde, also unter dem überverkauften Bereich oder im überkauften Bereich. Und unten sieht man, dass der MACD sich auch langsam ins Negative drehen könnte. Man muss sagen, das gab es aber hier im Juni schon mal. Danach kam noch mal ein Schwung nach oben. Also hier muss schon ein deutlich negativerer Trend sich abzeichnen. Wir haben aber trotz dessen plus 20 Prozent knapp in den letzten sechs Monaten hier an Kursperformance erzielen können. Ja und das natürlich größtenteils getrieben hier durch die großen Chip-Aktien. Wieder zu einem Index, der ganz anders aussieht und damit schließt sich eigentlich dieses Narrativ rund um das Thema einzelne Aktien. Die sorgen aktuell für Großteile der Performances in den Märkten. Wir sehen jetzt hier in dem Falle den Russell 2000. Der ist jetzt wieder leicht über diesen 2000 Punkten. Wir haben uns ja schon oft diese Seitwärtsphase über die letzten Monate und Wochen angeschaut. Man versucht immer wieder hier nach oben auszubrechen. Und Anfang oder Ende letzten Jahres hat man eigentlich gedacht, jetzt hat man so ein Momentum, das man mitnehmen könnte. Und was war da? Da waren halt die Zinssenkungen sehr, sehr stark eingepreist. Und das ist auch genau das, was sonst der breite Markt braucht. Insbesondere, wenn man kein Narrativ hat, was sich auf KI-Aktien bezieht, dann braucht man halt wirklich ein wirtschaftlich besseres Umfeld, vielleicht lockere Zinspolitik, mehr Konjunktur. All das ist das, was aktuell noch nicht so richtig angekommen ist beim Russell 2000. Deswegen haben wir auch hier nur plus 0,8 Prozent in den letzten sechs Monaten. Ja, das zeigt sich nochmal in dieser schemenhaften Darstellung etwas deutlicher. Wir hatten mit den niedrigen Zinserwartungen einen deutlichen Aufstieg des Russell 2000 und seither aber so eine Seitwärtsphase immer mal wieder mit Tiefs- und Hochpunkten. Allerdings, ja, kommt man nicht den großen Indizes, insbesondere hier dem S&P 500, hinterher. Kurzer Blick übrigens noch auf Gold, weil bei Gold ist es relativ ähnlich. Die Rallye hat sich ein bisschen deutlicher verhalten. Wir hatten natürlich ein sehr, sehr starkes Momentum, auch bis zum April dieses Jahres. Danach ist man aber auch hier in so eine Seitwärtsphase gelaufen, ähnlich auch bei den Utilities. Also es wird überall etwas ruhiger aktuell. Die Seitwärtsphasen werden teilweise etwas länger und es bleibt halt spannend, wo die Reise in Richtung Zinspolitik und natürlich auch die Wirtschaftsdaten hier weitergeht. Blick noch auf den Hang Seng. Der konsolidiert nämlich ebenfalls weiter, auch hier in einem weiteren negativeren Territorium. Die sind zwar immer noch überhalb dieses mittelfristigen Aufwärtstrends, kurzfristig zeichnet sich aber hier schon wieder ein Abwärtstrend ab. Wirtschaftsdaten sind weiterhin, muss man sagen, eher negativ in China. Hier fehlt es einfach am positiven Momentum. Trotz dessen in den letzten sechs Monaten ein leichter Aufschwung zu sehen, plus 6%. Und deutlicher wird es dann nochmal beim Nikkei. Hier muss man sagen, hat man zuletzt wieder ein bisschen Momentum aufgenommen. Also man versucht hier wieder Schwung und Anlauf zu nehmen auf die jüngsten Allzeithochs, muss man hier sagen. Der Yen wertet allerdings weiter ab, auch das treibt so ein bisschen die Aktienmärkte. Niedrigster Stand gegenüber dem US-Dollar jetzt seit den 80er Jahren. Also historisch kann man schon sagen, es zeichnet sich trotzdem ab, dass halt irgendwas passieren muss in Sachen Zinspolitik, auch in Japan. Man hat ja die ersten Maßnahmen schon ergriffen und hat nicht gehofft, dass die wirken. Dem ist aktuell noch nicht so der Index, aber plus 20% jetzt in den letzten sechs Monaten. Bis zum nächsten Mal.